Musik 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 Das Festival allgemein, das ist jetzt umsonst Das ist eben, also für manche andere zahlen wir eine hunderte Euro und hier ist einfach noch voll geil. Geile Atmosphäre, geile Leute, ja, was immer mehr. Ja, dass man einfach von einem zum nächsten gehen kann, das ist total riesiges. Wenn's schön wäre, könnte man sich ja auch irgendwo hinsetzen, aber naja, trotzdem ganz cool. Ich hab richtig Spaß! Es ist umsonst, es kommen immer geile Bands, das Bier ist dieses Jahr billig. Alles gut, alles gut, alles gut! Es war ein schweres Räumen, es kam wirklich sehr heavily, und an einem bestimmten Punkt, sie pullen alle instrumenten zurück in die Backline, und sie wurden Ich habe das Kabel, damit etwas von meinen Pedalen zerbrochen, aber es ist okay, weil es deine Show umgekehrt ist. Topwetter! Nein, das Wetter ist super! Sonst wäre es, glaube ich, zu warm gewesen. Normalerweise ist hier nämlich immer alles voller Sonne. Normalerweise? Heute nicht. Heute nicht immer, das ist so ärgerlich, aber ist egal. Macht dir der Regen was aus, oder macht ihr das noch geiler? Hört mich nur noch geiler! Nur geiler! Hier kommen wir auch mit klar, wir haben unsere Regencapes. Alle ein Mikrofon fest! Hundertprozentig! Regen kann uns mal am Arsch lecken! Sonntagsschule, Sonntagsschule, ey ey ey! Sonntagsschule, Sonntagsschule, ey ey ey! Hoi, 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 hoi! Faul auf meiner Mathe liegen, wenn nicht wieder Farbe kriegen. Sonntagsschule bauen, den Mädels auf den Momos schauen. Es ist Badesaison, ich muss raus aus dem Beton. Raus aus dem Loch, ich nehme mich wohl. Ich will Sonntagsschule, strahlt noch mehr. Komm schon! Sonntagsschule, Sonntagsschule. Hallo liebe BanschTV Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind hier auf der Rheinkultur. Und wir probieren uns den Rhein ins Wohnzimmer zu holen, indem wir ihn eine Woche lang haben austrocknen lassen. Und jetzt regnet er vom Himmel. Wie gefällt es euch hier bis jetzt? Es ist nass, aber es ist gut. Was gibt's bei der ganzen Bömer unserer Rheinkultur? Die Frauen, die Frauen. Freunde und die Frauen, mein Freund. Das ist doch das Beste hier. Auf der Rheinkultur nennt man super Jungs. Ey, das ist der Wahnsinn, hör mal. Da, Adrian. Trinken, Essen, Feiern. Trinken, Essen. Und Regen oder Sonne? Ist egal, Feiern. Hauptsache Feiern, Hauptsache Party. Rheinkultur ist einfach nur geil. Ich denke, es ist großartig. Das ist etwas, was ich als Kind gekommen bin, wenn ich als Kind war, wäre es ein freer Festival mit ein guter Band zu spielen. Wir würden alle campen und versuchen, zu luren Frauen in unsere Tenten. Aber wir haben wahrscheinlich keine Teenage Mustaches oder so. Unabelt zu luren sie. Ja. Also, wenn du in eine Tent bist, dein Personal Hygiene geht aus der Winde. Es ist also also wie in eine Band. Es ist schwer zu luren Frauen in deine Tenten. Ja, das Festival ist toll. Ja. Ich liebe spielen in Deutschland. Sincere. Sincerely. Because the audiences are very, they're just exciting. I think, I think people like good rock music in Germany, generally speaking. Yeah. Different, there's some places they tell you their taste in rock is, is, mmm. I won't say who the, what places those are. Yeah. Haha. Du hast deine Freunde mitgenommen. Du bist nervös, dein Herz schlägt laut. Gleich gehen die Türen auf. Und das Licht geht an und der Vorhang fällt. Für uns ist das hier und jetzt, der Mittelkopf der Welt. Es ist heute zum dritten Mal auf der Rheinkultur. Die einzige und erste Band, die das darf. Weil eigentlich darf man ja offiziell nur einmal hier spielen. Genau. Beim ersten Mal, das war glaube ich direkt 2005 zum Debütalbum. War für uns schon gigantisch. einfach so umsonst und draußen feste will. Gleich super Spielzeit gekriegt. Und dann zwei Jahre später auch nochmal eine Steigerung. Und heute dann eben noch zu dieser besonderen Spielzeit. Das ehrt einen einfach. Also es ist eine große Freude für uns heute. Das muss Liebe sein. Ja, Mann! Ich kann nicht mehr! Ich bleibe bis zum bitteren Ende. Und noch viel länger. Bis zum nächsten Mal.